Abenteuer bedeutet für mich, raus in die Natur zu gehen. Den Alltag hinter sich zu lassen und einfach das Hier und Jetzt spüren. Die Natur um mich herum mit allen Sinnen zu erleben. Den Duft des Waldes an einem nebligen Herbstmorgen zu riechen. Den weichen Waldboden unter meinen Füßen zu spüren. Und den Blättern zuzusehen, wie sie im Wind tanzen, wie zu ihrer Lieblingsmusik. Draußen zu sein bedeutet für mich grenzenlos eine Freiheit. Aus der Routine auszubrechen. Einfach mal weg sein von allen Sorgen des Alltags. Einfach mal ganz offline sein und dem Ruf der Natur zu folgen. Zuhause angekommen zu sein. Meine Grenzen auszuloten und sie zu überschreiten. Auch wenn das bedeutet, bei Minusgraden im Zelt zu übernachten. Oder auf den letzten Kilometern noch einmal alle Kräfte zusammenzunehmen. So wie bei dieser Wanderung durch die Wildnis der Eifel. So weit weg und doch nur ein paar Kilometer entfernt. Nein, um ein Abenteuer zu erleben, brauchst Du nicht um die halbe Welt zu reisen. Das Abenteuer wartet direkt vor Deiner Haustür. Du brauchst nur dem Ruf zu folgen. Worauf wartest Du noch? Der Aufmerksamkeit Bis zum nächsten Mal.